Du bist sportbegeistert und interessierst dich für Gesundheit und Ernährung? Du bist ein aktiver und kreativer Typ? Dann passt die HLW Aktives Gesundheitsmanagement und Sport genau zu deinem Persönlichkeitsprofil. In der HLW AGM und Sport stehen Bewegung, Ernährung und die Welt der Gesundheitsberufe im Mittelpunkt. Zusätzliche Sporttage, Sportwochen, Tanzworkshops und Trendsportkurse machen diese Fachrichtung dynamisch und spannend. Für besonders Motivierte gibt es die Möglichkeit beruflich interessante Zusatzqualifikationen zu erwerben. Musik und bildnerische Erziehung bieten dir zusätzlichen Raum für Kreativität. Neben einer fundierten wirtschaftlichen Ausbildung beschäftigst du dich umfassend mit dem Thema Ernährung und Gastronomie. Neben Englisch lernst du in der HLW AGM und Sport zusätzlich Französisch als zweite Fremdsprache. Die HLW AGM und Sport bietet einen abwechslungsreichen Mix aus kreativen, allgemeinbildenden, naturwissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fächern, Fremdsprachen sowie Bewegung. Im Pflichtpraktikum trainierst du für dein späteres Berufsleben wichtige Schlüsselqualifikationen wie Organisationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und ein professionelles Auftreten gegenüber Geschäftspartnern. Mit der HLW hast du hervorragende Berufschancen in der Wirtschaft sowie im Gesundheits- und Sozialbereich. Die HLW Matura ermöglicht dir den selbstständigen Betrieb eines Hotel- oder Gastgewerbes, den direkten Berufseinstieg und den Besuch einer Universität oder Fachhochschule. Blessed are Zill. Blessed are Zill. twin bedrug und aeroplmu Windows 22 D países 22 D 22 D 20 25 Vielen Dank.